Die Spitfire. Die Jäger müssen starten. Spitfire, Irwan. Irwan, reich. Abfange ich. Habe ich doch vergessen. Es könnte auch fast derselbe Maßstab sein, oder? Oh, nee. Ich glaube, die müsste ein wenig mehr Spannweide haben. Insofern ist sie wahrscheinlich ein wenig zu klein. Ja, wie schon gesagt, ich habe die Meter zwanzig. Oh, nee, die Krollschachtel. Das sehe ich hier. Schnuppi, Ruhe! Die 1,20 Meter sind genau ausgerechnet gewesen. Da waren dann die Luftdurchlässe, die ich geplant habe. 40. Wir sind auch immer noch der Versuchsjäger hier. Unbewaffnet. Du zählst auf Frauen und Kinder. Ich bin kein Gentleman, kein Englisch. Aber ich glaube, mir geht das sprit aus. Ja, ja. Und das mitten über Freundesgebiet. Oh, ja, ja. Nimm dir das wörtlich hier. Immer auf den Piloten zielen. Sorry. Das war nicht meine Absicht. Jawohl. Entschuldigung. Schauen wir mal. Ich hätte da noch einen Aufdruck. Vielleicht schauen wir mal noch. Soll ich noch mal Vollgas probieren? Ich habe Angst. Hä? Ist es doch einen falschen Akku erwischt? Ich kann da mal meine Steuerung ausprobieren. Einmal nach rechts. Die Seitenruderfunktion ist gegeben über die Motoren. Das ist Vollgas? Ja. Geht eigentlich. Okay. Aber Akku nicht so quälen. Und das Segelflug. Geil, ey. Das ist ja besser, als ich es mir eigentlich in den kühnsten Träumen vorgestellt habe. Ich kann das immer noch nicht glauben. Das der so geil fliegt. Ja. Ich muss jetzt aber landen. Ey, ey, ey. Der gleitet ja viel zu gut. Wow. Ist das geil. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum.